Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 4. November 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1268 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Huawei, Musik, Akara, Matter, Ikea und Tumblr. Und ja, es ist ein bisschen Matter-lastig, aber Who-Matter, schiefes Beispiel, Entschuldigung. Wir starten mit Huawei. Die haben nämlich, und das ist leider nur in China passiert, ein neues Smartphone vorgestellt oder besagt eine neue Smartphone-Linie in deutlich verschiedenen Farben. Das Huawei Pocket S ist gelauncht worden. Ein Clumshell-Smartphone, was so viel heisst wie, man kann es zusammenklappen. Und zwar von normal gross auf halbe Grösse, wie man es halt von, unter anderem auch schon Huawei her kennt. Ich habe hier das aktuelle goldige, ultra schöne, sexy Gerät. Das kommt jetzt in günstiger und vor allem mit vielen verschiedenen Farben. So pastellig, dunkles Schwarz, Blau, Hellblau, Baby-Hellblau, würde ich fast sagen. Rosarot, golden, grün und Silber mit Aussendisplay in rund, also wie schon beim bekannten Gerät. Drinnen hat man aktuelle Technik verbaut. P50 Pocket heisst übrigens das aktuelle. Und es hat schon das neue Harmony OS in der dritten Version drauf, auf das ich schon richtig stark belange, dass ich das auf meinen Geräten auch bekomme. Und das Ganze soll es für ungerechnet etwa 800 Währungseinheiten geben. Somit greift hier natürlich Huawei ganz stark an. Die anderen aktuellen Geräte auf dem Markt sind ja deutlich über ein Tausender zu haben. Und damit wird wahrscheinlich Huawei seine Position, die sie bei den Club-Smartphones in China haben, nochmals deutlich stärken. Über 52% der Club-Smartphone, die in China unterwegs sind, kommen aus dem Hause Huawei. Jetzt geht es über von klappenden Smartphones in klappende Musik. Zumindest wenn sie passt, wenn es einem nicht passt, eher weniger. Ein Hip-Hopper, der L-Drey oder wie er sich da draussen auch nennt, ich habe ein YouTube-Video von ihm verlinkt, hat aufgezeigt, wie er da draussen Geld verdient, auf welchen Streaming-Plattformen. Wir wissen ja schon länger, dass Apple Music deutlich besser bezahlt, als das Spotify tut. Spotify, das sind richtige Verbrecher, was das anbelangt. Er hat verglichen ein Stream, also ein Song, das bei Apple Music 4,7 Millionen Mal gestreamt wurde, mit einem Song, der bei Spotify 4,5 Millionen Mal gestreamt worden ist. Und jetzt wird der Bünzli-Schweizer sagen, ja, aber das kannst du nicht vergleichen, das sind 200.000 Unterschied. Ihr seht gleich in den Preisen, dass das eben doch geht. Bei Apple hat er nämlich 24.200 Dollar dafür bekommen, bei Spotify 11.683 und 96 Cent sind das in Dollar. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Er sagt aber auch, dass für Künstler es bei Spotify deutlich einfacher ist, Musik einzustellen, diese zu promoten, in Wiedergabelisten packen zu lassen, eine Künstlerseite zu machen. Hier hat zwar Apple vor kurzem ein bisschen aufgeholt, aber nur in ganz knapp. Und es ist, wenn ich dem Sam, ein Schweizer Künstler, hier mit ihm habe ich über Twitter darüber geschrieben, zuhöre, ist das eine Alibi-Übung gewesen. Hier muss Apple noch vieles tun, aber immerhin, sie bezahlen deutlich mehr. Noch mehr bezahlt, das seht ihr dann auch im Video, ein anderer Streaming-Dienst, aber der ist relativ klein und somit verlachlässigbar. Smart Title, da ist man eher drauf, wenn man wirklich auf ganz viel Komfort setzt, obwohl mittlerweile bei Apple Music ja auch diese hohe Qualität machbar ist. Nur nicht bei Spotify, immer noch nicht. Dann gibt es Neuigkeiten und zwar Schöne von Acara, den Smart Home-Sensoren-Gadgets-Produkte-Hersteller, den ich das meiste mache bei mir in meinem Smart Home und im Büro. Ja, die haben bekannt gegeben, dass sie im Dezember updaten werden auf den Matter-Plattform. Das heisst, mein Hub, der Hub M2, der wird ein Over-the-Air-Update bekommen und somit Matter-Zugriff bekommen. Und was noch viel, viel, viel cooler ist, rund 40 ihrer bestehenden Produkte, dazu zählen wir Sensoren, dazu zählen wir, wie heissen die Dinger, die den Vorhang bewegen, LED-Lichter, Bewegungsmelder, Temperaturmesser, Tür- und Fensterkontakte etc. Die sind dann damit alle Matter-kompatibel und können deutlich schneller angesprochen werden. Eines, was ja mit Matter schön wird, ist, dass schnelle und simple übereinander treten oder kommunizieren. Dann hat aber auch Ikea gleichzeitig gesagt, dass es bei ihnen circa nächstes Jahr wird, im Frühjahr, bis sie ihre Plattform dann schlussendlich richtig auf Vordermann bringen. Sie verkaufen zwar schon, zumindest in Deutschland, leider noch nicht in der Schweiz, ihren neuen Dirigera-Hub, der grössere neue Hub für Matter-Unterstützung, ZigBee 3.0 etc. Aber Matter ist da noch nicht wirklich aktiviert. Wie gesagt, Anfang des nächsten Jahres. Und um eben bei Matter noch zu bleiben, heute hat offiziell, besser gesagt gestern, Matter den Startschuss gegeben. In Amsterdam hatten die eine kleine Veranstaltung, wo sie darüber erzählt haben, was da alles so kommt und ist und tut und was sie schon für Geräte freigegeben haben. Aktuell über 190 Produkte sind aktuell freigegeben und da bin ich echt gespannt, wie sich das dann schlussendlich durchsetzen wird. Vor allem eben Matter, muss man immer wissen, basiert auf drei Technologien. Bluetooth für das Setup, WiFi für die Benutzung und wenn es um hohe Bandbreiten oder Geschwindigkeit, Kamera-Streaming, Live-Streaming-Geschichten, nicht für YouTube-Live-Streaming, sondern auf die Video-Klingel-Kamera und solche Geschichten, dann kommt Thread zum Einsatz. Da, wie gesagt, ich bin gespannt, ich bin gehypt und ich freue mich auf die neue, smarte Zukunft. Und zu guter Letzt wird es noch ein bisschen nude, ein bisschen rüde. Tumblr geht zurück. Nicht der Besitzer, der ist immer noch WordPress, also die Firma hinter WordPress mit irgendeinem A. Mein Gott, es ist früh am Morgen. Wie heissen die schon wieder? Einfach die, die WordPress rausbringen, haben sich ja das Ganze gekauft. Im Jahre 2018 hat man dann zurückgeschraubt und gesagt, wir machen kein, nee, zurückgeschraubt wurde ja vorher schon, 2018 hat man gesagt, wir machen keine Erotik und oder Porno-Bilder mehr rein. Und dann ging es mit der Community nach unten. Es brauchte kaum jemand mehr die neue, die alte Plattform. Dann ging es über an Matt mit eben, dessen Namen ich der Firma jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber es, genau. Und die, wie sagt man, krebsen ein bisschen zurück. Es soll in Zukunft wieder möglich sein, erotische Bilder hochzuladen. Nicht Pornografie, aber erotische Bilder. Dann aber mit einem speziellen Flag, dass so Menschen, die unter 18 sind, nicht darauf zugreifen können. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann Tumblr wieder zum Aufwind verhelfen wird und oder eben vielleicht auch nicht. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne wahrscheinlich nach dem Wochenende wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.